Servus, erst mal mein Schokopohlchen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Neumünster. Meine Haare und meine Spange sind voll lose da hinten. Wir haben uns jetzt auf den Weg nach Neumünster. Geil! Wuhuuu! Voll gut! So, wir sind jetzt angekommen in Neumünster. Ja, wuhuu! Da ist Carina. Hallo! Hallo! Autoschüssel ist... Ja, sollte man vielleicht noch mitnehmen? Na auch nicht so gut. Ich habe einfach gerade nichts zu sagen. Wir haben jetzt gerade hier noch aus dem Turniebüro die Ausschreibung für morgen früh bekommen. Oh mein Gott! Für die Zufrückung kommt es erst drei Sterne. So, wir haben unsere Presseausweise jetzt geholt. Und dann lock dich mit einer Kamera rum hier. Meine Dings gehen mal wieder raus. Das geht gar nicht her. Ja, dann kann man dich da her. Ja! Carina, guck dir das mal an! Oh mein Gott! Das ist ja richtig klein! Das ist ja auch ein Boot. Und dann haben wir schon wieder neue Partner. Oh! Für die Fotoschwinge. Aber ich glaube das ist P2. Ja klar! Jetzt bist du auch im Video! Eskatron sieht alle an! Ah, die Fluttershy! Oh, süß! Niem, nom, nom! Yes, du fühlst dich mit jeden Tag oft wrong. So, wir sind jetzt fertig und es ist schon richtig dunkel geworden. Ja klar, ja klar. So, wir sind jetzt fertig, es war einfach heute wirklich ein wunderschöner Tag und Niko ist jetzt gerade irgendwie weggelaufen, Niko gleich wieder, wir fahren gleich nach Hause und ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht verfahren, also wir haben ja fast zwei Stunden hergebraucht, obwohl wir eigentlich nur 50 Minuten bis 60 Minuten hierher brauchen, aber wir haben uns verfahren, wir haben das falsche Ziel eingegeben und sind deswegen nochmal eine Stunde länger gefahren. Das ist so ein richtiger Moment, ne auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause und es war ein richtig, richtig schöner Tag. Ich war ja schon öfters hier bei den Power Classics und ich muss sagen, irgendwie war das heute der beste Tag. Bis zum nächsten Mal guckon. Ja Annette, es ist disso. denn ich habe das Gefahren, das Wahner hat dieses Sitze Nachders da ganz impacts